Du willst Polizistin oder Polizistin Bayern werden? Dann musst du vorher einen kniffligen Einstellungstest bestehen. Hier im Video erkläre ich dir, was auf dich zukommt und wie du dich optimal vorbereitest. Hallo! Bei der Polizei Bayern kannst du auf zwei Qualifikationsebenen einsteigen. Für die zweite Qualifikationsebene besteht der Einstellungstest aus einem Sprachtest und einem Grundfähigkeitstest. Für die dritte Qualifikationsebene absolvierst du eine theoretische Auswahlprüfung des Bayerischen Landespersonalausschusses. Wenn du den schriftlichen Test erfolgreich gemeistert hast, warten an einem späteren Tag noch weitere Prüfungen auf dich. Eine Sportprüfung, eine Gruppenaufgabe, ein Bewerbungsgespräch und eine ärztliche Untersuchung auf Polizeidiensttauglichkeit. Mit welchen Themen und Aufgabentypen du im Einstellungstest rechnen musst, zeige ich dir in diesem Video. Schau das Video bis zu Ende an, da verrate ich dir nämlich auch noch, wie du am besten trainierst und wo du kostenlos üben kannst. Der Ablauf und die Inhalte des Einstellungstests der Bayerischen Polizei unterscheiden sich je nach der gewählten Laufbahn. Für die zweite Qualifikationsebene veranstaltet die Polizei zwei computergestützte Tests. Als erstes kommt der Sprachtest dran. Er dauert rund 90 Minuten und prüft deine Rechtschreib- und Grammatikkenntnisse, dein Wortverständnis und dein Sprachgefühl. Im anschließenden Grundfähigkeitstest, der rund 50 Minuten dauert, geht es um weitere polizeirelevante Fertigkeiten, wie logisches Denkvermögen, Arbeitsgeschwindigkeit und Belastbarkeit sowie Gedächtnisleistung. Für die dritte Qualifikationsebene absolvierst du den schriftlichen Einstellungstest des Bayerischen Landespersonalausschusses, auch bekannt als LPA-Test. Er erzieht sich insgesamt über gut vier Stunden. Gearbeitet wird hier mit Stift und Papier. Den Schwerpunkt bilden Aufgaben rund um deine Sprachfertigkeiten und dein Allgemeinwissen. Hinzu kommen verschiedene logische Kniffeleien und Konzentrationsaufgaben. Jetzt erkläre ich dir kurz, was in den einzelnen Bereichen so drankommt. Klug kombinieren und aus verschiedenen Informationen die richtigen Schlüsse ziehen. Logisches Denkvermögen ist im Polizeiberuf ziemlich hilfreich. In beiden Qualifikationsebenen drankommen kann Buchstabenreihen fortführen, Schlussfolgerungen ziehen, Zahlen- und Figurenmatrizen lösen, Zahlen- und Figurenreihen fortführen sowie Oberbegriffe finden. Im stressigen Polizeialltag musst du oft Situationen und Sachverhalte schnell und zuverlässig überblicken und einschätzen. In dieser Kategorie musst du für beide Qualifikationsebenen Buchstaben zählen, Buchstabensalate lösen, Lebensläufe und Personaldateien merken, Städte, Postleitzahlen und Steckbriefe einprägen, Zahlen und Symbole zuordnen und Zahlenlisten wiedergeben. Ein gutes Sprachvermögen ist für den Einstellungstest der bayerischen Polizei sehr wichtig. Deshalb werden auch deine Deutschkenntnisse genau geprüft. Entweder durch Multiple-Choice-Aufgaben, Lückentexte und in der dritten Qualifikationsebene durch eine Erörterung. Typische Themen sind hier Rechtschreibung, Grammatik, Wortverständnis, Sprachgefühl sowie in der dritten Qualifikationsebene auch dein Ausdrucks- und Urteilsvermögen. Im Einstellungstest für die zweite Qualifikationsebene ist Mathematik ein eigener Prüfungsbereich. Im Fokus stehen hier Grundrechenarten, Dreisatz, Maße und Einheiten umrechnen, Prozent- und Zinsrechnung, Text- und Kettenaufgaben sowie Text- und Schätzaufgaben. Nebenrechnungen auf einem Schmierblatt sind erlaubt, Taschenrechner jedoch nicht. Nur in der LPA-Auswahlprüfung, also in der dritten Qualifikationsebene, wird dein Allgemeinwissen gründlich unter die Lupe genommen. Typische Themen sind hier Geografie und Geschichte, Kunst und Literatur, Politik und Gesellschaft, Recht und Gesetz sowie Wirtschaft und Finanz. Wenn möglich, startest du die Vorbereitung 14 Tage vor deinem Test, um gezielt und intensiv zu trainieren. Am besten checkst du mal den E-Trainer ab. Der E-Trainer beinhaltet alle wichtigen Kategorien und Aufgabentypen, ist als herausragendes Bildungsmedium ausgezeichnet und wird empfohlen von Einstellungsberatern und der GdP, Deutschlands größter Gewerkschaft, der Polizei. Den Link zum E-Trainer und zu weiteren kostenlosen Übungsaufgaben findest du in der Infobox. Noch mehr Tipps und Insiderwissen gibt's im nächsten Video und immer auf Ausbildungspark.com. Vergiss nicht, das Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren. Schreib deine Fragen gerne in die Kommentare. Ich wünsche dir viel Erfolg, danke sehr fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Adios.